Willkommen zurück bei Hometech. Ihr werdet es mitbekommen haben, heute und morgen ist der Amazon Prime Day 2023. Ich habe mich heute Nacht schon mal ein bisschen und auch noch heute im frühen Morgenstunden mal ein bisschen durchgeklickt, ob was Brauchbares dabei ist. Und ein paar coole Sachen habe ich gefunden. Gucken wir uns an. Nicht wundern, gleich vorab, es sind keine Powerstations dabei, es sind keine Solarpaneele dabei und es sind auch keine kompletten Balkonkraftwerke. Warum nicht? Auch da gibt es wieder jede Menge Angebote, gerade bei den Powerstations, aber selbst die Prime Angebote von Amazon sind teurer als andere Shops im Netz. Ich habe das mal ein bisschen quer verglichen und von daher sind sie nicht dabei. Unabhängig davon habe ich jede Menge technische Gadgets gefunden, die ich hier zum Teil selbst nutze in irgendeiner Form und wo ich sage, der Preis ist dafür okay und das kann man ruhig mal machen. Gucken wir uns an. Ganz klar, wie immer, sind die Amazon eigenen Geräte natürlich wieder voll dabei im Prime Day. Hier mal Exemplare, der Echo Dot für, was kostet er, 22 Euro, 21,99 Euro. Ich persönlich kann sie nur empfehlen, wir haben mit den Echo Dots hier unser halbes Haus zugepflastert, das geht ja hier über mehrere Etagen. Egal ob es zum Musikhören ist, wenn so ein bisschen Hintergrundbeschallung in den Räumen ist, bis hin als hausinterne Sprechanlage hier für die Kinderzimmer oder ähnliches, kann ich nur empfehlen. Neben den Dots gibt es natürlich auch wieder die normalen Amazon Fire TV Sticks. Der günstige 4K Sticks ist auch wieder für 22 Euro mit dabei. Ich persönlich, wir haben im Wohnzimmer den Cube laufen. Der kostet zwar ein gutes Stück mehr, der kostet über 100 Euro. Für mich der Riesenvorteil an dem Cube ist, die Performance ist einfach mal gefühlt zehnmal besser als von so einem Amazon Stick. Wir selbst, wir haben einen Sony Fernseher, einen relativ teuren Fernseher, Smart TV von Sony, der ist jetzt dreieinhalb Jahre alt. Die Performance ist beschissen, die Updates sind beschissen. Es ist also wirklich da so ein Cube dran und ihr habt da wirklich ein Smart TV, mit dem man noch was anfangen kann. Und auch die Einrichtung von so einem Plex-Server oder ähnliches als Multimedia-Server funktioniert damit wunderbar und performance-technisch macht er das auch mit. Es gibt tatsächlich sogar diesmal von Apple ein bisschen was. Für mich das Spannendste bei den Prime Day-Angeboten ist das normale kleine iPad und zwar die Version 2021, weil das kann man da gerade für 335 Euro schießen. Das reicht für alle Konsumgeschichten völlig aus, von YouTube, Facebook, Instagram, das ganze Graffel, Mails schreiben. Funktioniert damit und das iPad ist auch im Jahr 2023 für mich immer noch das beste Tablet, was es gibt. Egal in welcher Variante jetzt, aber ein iPad ist halt ein iPad und da kommen leider Gottes auch die Android-Geräte noch lange nicht ran. Von daher, iPad 2021 zu dem Kurs kann man mitnehmen richtig gut. In Sachen Bluetooth-Kopfhörer fand ich am spannendsten die Sony WH-1000XM4. Man wird sie kennen, Over-Ear Bluetooth-Kopfhörer, gigantische Laufzeit, richtig guter Klang, alles dabei und das Noise-Canceling ist wie von einem anderen Stern. Ich selbst nutze Stand heute die XM5, hatte davor die XM3, gibt es auch ein kleines Vergleichsvideo hier auf dem Kanal, wer es noch nicht gesehen hat. Und die XM4 für gute 200 Euro oder was sind es, 209 Euro, absolut wäre richtig geile Over-Ear Noise-Canceling-Kopfhörer sucht mit einem richtig guten Klang, etwas bassigeren Klang. Ist hier genau richtig aufgehoben, finde ich ebenfalls richtig klasse. Es ist gerade sehr warm und somit muss ich auch feststellen, dass in Sachen Kompressor-Kühlboxen, die sind gerade so ein bisschen im freien Fall. Zu Corona, als keiner in den Urlaub konnte, war irgendwie die Campingzeit ganz hoch und Campingartikel wie auch Kompressor-Kühlboxen waren unfassbar teuer und wurden immer teurer. Mittlerweile droppen da ganz gut die Preise. Ich selbst habe hier eine bei mir im Büro stehende, eine 50-Liter-Version, das ist hier so mein Büro-Kühlschrank. Ich blende euch mal zu Kram, den ich hier auch benutze, vielleicht mal ab und zu mal ein Bild ein. Und insofern 242 Euro für eine 48-Liter-Kompressor-Kühlbox. Es ist schon ganz cool, egal ob Urlaub oder Büro-Kühlschrank. Brauchen wenig Strom in dem Sinne, laufen mit 12 Volt, laufen mit 230 Volt, kann ich echt nur empfehlen. Was ich noch spannend fand, war von DJI die Mini 3 Pro Drohne inklusive dem Smart-Controller. Der Smart-Controller ist im Endeffekt der DJI-Controller mit integriertem kleinen Tablet, oder Smartphone-Display auf Android-Basis, extrem hell, über 1000 Nits. Das heißt, die Ablesbarkeit auch in der prallen Sonne ist damit komplett gegeben. Ich persönlich benutze von DJI die Air 2S, bin damit auch top zufrieden, nutze die bei mir auch gewerblich hier im Einsatz. Super Produkte, ich fliege seit Jahren verschiedenste DJI-Drohnen, die Mini 3 Pro, finde ich persönlich wirklich sexy. Aber da meine Air 2S noch einwandfrei funktioniert, und die war ja auch nicht so ganz günstig. Aber wenn ich mir Stand heute eine coole kleine Foto- oder Filmdrohne kaufen müsste, 4K, 60 Bilder, die Sekunde, alles dabei. DJI Mini 3 Pro, hier auch zu einem super Kurs, 839 Euro inklusive dem Pro-Controller, finde ich richtig, richtig gut. Gut, ihr werdet es mitbekommen haben, es ist momentan extrem heiß, zumindest teilweise. Heute wird wieder so ein Tag. Auch bei mir hier, man sieht es, Dachgeschoss, auch bei mir läuft hier so ein kleiner mobiler Klimablock mit einer Kühlleistung von 12.000 BTU. Das ist so für Räume, so für roundabout bis 40 Quadratmeter. Ja, die Einschlauchgeräte, sie sind nicht die effizientesten wie Splitgeräte oder ähnliches, aber jeder, der zur Miete wohnt, oder es ist auch nicht überall machbar, überall ein vernünftiges Splitgerät hinzuhängen. Bei mir läuft so ein Block hier, Bild blende ich euch mal ein und ich bin damit zufrieden. Das Ganze kühlt hier runter und wenn man ein Balkonkraftwerk am Laufen hat, dann ist der Stromverbrauch auch schon wieder im Rahmen und wenn man sich da nicht so totschwitzen will, für mich einwandfrei. Hier habe ich noch gefunden, den Anker USB-C Ladegerät mit 65 Watt. Das ist übrigens etwas, das benutze ich selber hier. Ich habe den allerdings nicht für günstige 39 Euro gekauft, sondern ich habe tatsächlich irgendwie die 50 oder 53 Euro bezahlt. Extrem gut verarbeitet, zwei USB-C Ausgänge und noch ein normaler USB-A Ausgang für mich. Das ultimativ mobile Reisegerät, genug Leistung, man kann genug Geräte anschließen. Verarbeitung wie immer top bei Anker, generell Anker-Produkte. Ich habe hier einen ganzen Sack voll davon. Finde ich wirklich gut, auch das gibt es momentan im Angebot für 39 Euro. Auf alle Fälle für mich ist es das wert. Wir springen mal direkt weiter, komplett andere Kategorie. Gefunden habe ich noch das Logitech G29 Lenkrad, das ist so für die Gamer so ein bisschen unter uns. Kann man überall nutzen, Force-Feedback-Motoren sind richtig gut. Ich habe es nicht selber, ich habe einen Kumpel, der benutzt das. Ich habe es auch schon benutzt. Cooles Lenkrad, war extrem teuer die ganze Zeit oder es droppt jetzt langsam immer mehr im Preis. Und mittlerweile gibt es das für knapp 220 Euro. Und ihr könnt es wirklich überall benutzen, egal ob Playstation 4, 5, PC, Mac. Es funktioniert überall. Geiles Lenkrad, kann man mitnehmen. Die beschriebene AC200 Max, ihr seht, ich habe es schon geteasert. Die kostet hier trotz Prime 1500 Euro. Ich schließe den Tab, ich kann es nicht empfehlen. Die gibt es in anderen Shops günstiger. Was ich ganz cool fand, wer auf der Suche nach einem richtig großen Bluetooth-Lautsprecher ist, der Soundbox Gen 3. Das ist wirklich der große, brachiale Bluetooth-Lautsprecher. Das ist so Niveau Teufel Rockstar. Und gibt es hier im Angebot für 800 Euro. Also wenn ihr eure Nachbarn, eure Straße, euer halbes Viertel mal wirklich ärgern wollt, das ist ein riesen Bluetooth-Lautsprecher. Der macht richtig Wumms und hat richtig Power. Kostet in der Regel 1000 Euro, da liegt der in der Regel auch. Und wie gesagt, 800 Euro kann man machen. Für mich ganz persönlich, ich persönlich bin großer Gin-Fan. Hier hinten, ich glaube man sieht es gar nicht, ist es auf der Kamera. Ich blende euch noch ein Bild mal ein hier. Trinkt sehr gerne Gin. Auch diverse Gins sind wieder bei Amazon im Angebot. Und da werde ich auf alle Fälle mal bei der einen oder anderen Sache auch nochmal zuschlagen. Da werde ich mich nachher nochmal nur durchklicken. Also für die Gin-Liebhaber auch das, was dabei Whisky und Co. gibt es auch. Aber in dem Fall, ich trinke Gin, von daher Gin. Dann noch ganz cool, der Roborock S7 Max Plus. Das ist ebenfalls ein Staubsaugroboter. Den habe ich hier knapp 10 Wochen im Einsatz, genau in der Version. Das Coole, also er ist nicht günstig. Ja, er kostet immerhin so gute, was kostet er hier, 780 Euro. Das Coole ist, der Roborock S7 Max V ist mit einer der für mich besten Staubsaugroboter. Neben den Roborock baut eh sehr, sehr geile Robos. Und neben den normalen Saugen, Wischen, Kartierung etc. pp. hat der hier noch eine Kamera eingebaut. Der mittels Kameraerkennung RGB, also mit einer Farbkamera, im Endeffekt auch noch erkennt, wenn Sachen auf dem Boden liegen. Und zusammen mit dieser Absaugstation, die keine Beutel oder ähnliches hat, ist das ein echt, echt rundes Paket. Also wir haben ja auch Kids rumliegen, jede Menge Spielzeug, was rumliegt. Und das ist der einzige Staubsaugroboter, wo ich wirklich sagen kann, von 49, von 50 Fahrten findet der auch wieder zurück an die Ladestation und verheddert sich nicht in Kabel, frisst keine Socken. Der erkennt das. Mega Gerät. Ich feiere den persönlich total. Vielleicht mache ich auf dem Kanal mal ein längeres Review darüber. Steht bei uns unten im Erdgeschoss. Bild blende ich euch ein. Ich feiere den absolut. Also für mich der Staubsaugroboter. Und in meinen Augen auch besser als der S8, den es mittlerweile gibt, aufgrund des Kameramoduls vorne. Finde ich gut. Zu guter Letzt noch eine ganz ordinäre Powerbank. Ebenfalls natürlich, wie sollte es anders sein, von Anker. Anker, und zwar die Anker 325 mit 20.000 mAh, benutze ich ebenfalls privat. Habe ich auch gekauft für mehr Geld als hier, als sie rauskamen. Das Schöne ist, ich kann sie doppelt beladen, und zwar mit USB-C und mit Micro-USB. Und zwar, ja, ich kann zwei Ladegeräte gleichzeitig anschließen und damit kann ich die extrem schnell wieder vollladen. Und feiere ich total als normale Powerbank. 20.000 mAh ist auch groß genug. Finde ich ebenfalls cool. Das waren mal so ein paar spannende Dinge, die ich so heute gefunden habe. So spontan mal beim Durchscrollen. Vielleicht ist für den einen oder anderen was dabei. Wenn nicht, ist auch nicht so wild. Klickt euch mal so durch die Kategorien, vielleicht findet ihr da was. Morgen ist ja auch noch Prime Day. In der Regel zwitschen die ja dann pünktlich um Mitternacht auch nochmal diverse Angebote. Da gucke ich auch nochmal rein. Und wenn ich genug zusammenkriege, gibt es morgen nochmal ein kurzes Nachfolgevideo. Ja, kurz und bündig. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.